ja hallo und willkommen bei e-back-tom heute geht es mal um einen lasten anhänger von der firma wivor den ich euch gerne mal vorstellen möchte und ja dann packen wir jetzt erst mal dieses paket aus und schauen wie dieser lasten anhänger erst mal zu montieren ist dann wollen wir das ganze mal aufmachen und schauen die räder 12 und der anhänger selber das war schon das war schon so das sind hier die teile ja der anhänger die zwei räder und die deichsel und dann kann man das aufklappen dann haben wir hier noch ein paar sachen zu montieren da sind die fähnchen kommt auch noch dran verlängungs adapter stück mal schauen eine rücklicht eine bedingungsanleitung nämlich jetzt erst mal die deichsel hier ist ein splint der kommt raus reindrücken und der splint hier hinten muss wieder rein gesteckt werden so das war schon die montage der reichsel zwei mal den schutz für die reifen insgesamt habe ich zwei rote und zwei weiße reflektoren dann sind das hier noch die bolzen die achse mit dem schlüssel schrauben reflektoren so dann gucke ich jetzt mal erst mal die reifen sind noch nicht ganz aufgepumpt die muss man nach pumpen noch mal okay das heißt wir müssen jetzt zuerst die achse reinstecken hinten gibt es ein splint den muss man rausziehen und dann kann man den splint wieder rein machen zack achse ist drin das gleiche auf der anderen seite und zack der splint ist drin ein reifen laufrichtung montiert montiert so und gehen wir jetzt sind machen diesen reifenschutz der wird jetzt hier vorne noch montiert mal gucken ob ich die richtige seite habe natürlich nicht er kommt auf der seite und dieser hier kommt auf die seite ja hierbei ist zu beachten dass man hier die schrauben auch richtig fest anzieht nicht dass uns der schutz irgendwann unter die schrauben irgendwann anfangen zu klappern deswegen sollten die richtig gut angezogen werden so und noch mal 1 2 fest kommt ab ist klar zwei so dass der reifenschutz nämlich dass dieser schutz dementsprechend das hindernis dann an den reifen vorbei führt ist kein spritzwasserschutz wie ich anfangs gedacht habe sondern der die dafür hier gegenstände damit ihr euch nicht den reifen blockieren abzuleiten so das ganze dann auch auf die andere seite ja dann haben wir hier noch die sogenannte verstärkungs stange die mussten hier auch eingebracht werden hier mit der schraube befestigen und jetzt vermute ich mal dann ist das hier der sicherungsstift zack dann hat man hier nämlich noch mal eine verstärkung nach hinten damit sache nicht aus dem hänger raus fallen können ja und dann können wir eigentlich schon anfangen weil es aber noch die reflektoren die werden hier hinten dran montiert und vorne das gleiche hier haben wir dann die verbindung zu vorne um das verdeck zu schließen einmal und jetzt befestigen wir hier mal die anhänger kupplung so dann kommt hier unser adapter stück drauf sagt die schraube wird wieder fest angezogen so das war schon kann der anhänger hier eingesetzt werden ich mache es mal andersrum damit ich das oben sehr zack und dann gibt es noch hier band und dann wird hier zack und fertig ist der anhänger dieses stück hier ist flexibel ja wackelt aber es muss ja auch flexibel sein ja und dann haben wir unseren anhänger von ww unseren lasten anhänger jetzt montiert und dann können wir jetzt die erste probefahrt starten ja geplant war ja dass ich das hier am highbike machen aber am highbike habe ich hier so eine im bus innenliegende schraube und daran kann ich diesen adapter nicht dran anschließen hier ist es dementsprechend die schraube die gelöst werden muss dann kann man es drüber stecken und wieder befestigen und festziehen da geht es aber bei einer innenliegenden ja achsschraube sage ich mal dazu ist es leider nicht möglich ja die montage ging jetzt super einfach und so sieht es fertig aus jetzt werde ich noch schnell eben die reifen aufpumpen und dann geht es zur ersten probefahrt jetzt bin ich bereit zur probefahrt zum w vor lasten anhänger und da ist mir noch eine kleinigkeit aufgefallen und zwar hier zu der fahne das zeige ich euch mal wenn nämlich diesen wenn er diesen stift nämlich hier nicht verwendet dann rutscht nämlich die ganze fahne hier entlang der stange wieder zurück und ich hatte mich schon gewundert wofür dieser stift ist der ist dafür da dass die fahne auch oben bleibt ich werde jetzt wie gesagt einkäufe machen hier habe ich schon mal meine kamera ausrüstung aber ich werde noch schwereres gleich einkaufen gehen ja hier unten ist noch mal boden eingelassen hier gibt es auch hier gibt es auch ösen für schnell spanngurte es ist gar nicht verkehrt gerade wenn man mit hohem gewicht arbeitet dass man das auch noch mal zusätzlich ja mit spanngurten sichert damit es nicht zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten rutscht obwohl hier hat man ja noch mal extra die stange hier an der seite dann kommt nämlich die fahne so hinten dran gut dann wollen wir das ganze mal schließen der anhänger ist jetzt startbereit ja alles dran auch die reifen haben druck und dann kann die erste testfahrt losgehen ja jetzt im leeren zustand ja man merkt das gewicht und dann auch unter last bin ich mal gespannt wenn gleich der anhänger gefüllt ist ja mit wie viel mit wie viel druck gerade beim bremsen ich rechnen muss das hat eine gewöhnungssache und dann muss ich mal schauen ja aber ansonsten erstmal alles super stabil und ich denke mal ein wenig klappern wird es immer ganz kriegt man es nicht weg das sind jetzt glaube ich noch die ösen für die spanngurte die jetzt da auch noch ein bisschen rumklappern da werde ich auch mal dann nochmal spanngurte reinziehen und mal schauen wie es dann noch mit dem klappern ist aber auch hier auf normalen geraden asphalt hört man nichts klappern so jetzt habe ich mal den anhänger hier beladen einmal mit 6 x 1 liter multi und das sind 1,5 richtig ja genau 6 x 1,5 liter wasser das ist also ein ordentliches gewicht wie ihr seht habe ich hier noch platz und hier würde ich noch eine kiste hinkriegen ohne probleme richtig richtig top und jetzt bin ich mal gespannt wie sich das gewicht beim fahren auswirkt gut ich fahre ja mit dem e-bike daher unterstützt der motor natürlich aber ich bin auch interessiert wie der anhänger sich beim beim bremsen oder bei kurven verhält und ja schauen wir mal jetzt habe ich auch kein starkes klappern mehr muss ja wegen den bodenwellen aufpassen und auch das bremsen ist natürlich jetzt ein anderes ja cool man kann jetzt auch schwere lasten bis 45 kg kann ich jetzt damit transportieren ohne weiteres die montage war relativ easy und dann zeige ich euch gleich auch nochmal wie das ist mit der demontage den anhänger vom fahrrad wieder abzumachen ist relativ einfach und man kann ihn auch zum beispiel wie bei mir im keller kann ich ihn hochkant abstellen und dann stört er mich auch so gut wie gar nicht und dann bei bedarf kann ich ihn relativ schnell wieder rausholen so und ja relativ einfach wieder dran montieren gefällt mir echt echt gut und für diesen preis muss sagen echt echt gutes produkt den link übrigens zum produkt findet ihr in meiner video beschreibung und wenn er dann auch einen anhänger über den link erwerben solltet unterstütze damit auch meinen kanal es wird für euch nicht teurer sondern ich bekomme durch diesen link eine kleine provision und dann sage ich auch im vorfeld schon mal dankeschön dafür mit meinem e-bike lkw fahre ich hier touren das band das klappert ein bisschen und auch der anhänger selber macht natürlich geräusche die ich so nicht kenne da muss ich mich erstmal dran gewöhnen aber ansonsten funktioniert das hier super sogar einhändig ja und wie gesagt klappt wunderbar klappt super und dann fahren wir jetzt erstmal zurück und dann wird erstmal entladen und abgekoppelt ja das ist der einzige kleine Minuspunkt oder Manko dass das Verdeck hier relativ kurz gehalten ist und sich dann immer wieder hier ja so wie es hier ist es ist einfach zu schmal zu knapp bemessen das muss man deutlich hier auf ich sag jetzt mal mindestens ja 2-3 cm vorne breiter machen und da hilft auch nicht dieses Klettband hier vorne einfach zu knapp bemessen versuch mal hier so ein bisschen zu tricksen es rutscht immer hier rüber es rutscht immer rüber heißt also das Verdeck ist nicht ganz optimal muss ich ehrlich zugeben das ist nicht ganz optimal größer macht breiter macht auf jeder Seite 3 cm breiter und schon wäre das Problem gelöst und dann auch hier vorne nochmals versehen hier vielleicht an den Ecken hier oder hier mit Klettverschluss damit es dann halt nicht so wie jetzt hier einfach immer drüber schwappt ne weil gerade wenn es regnet hat man das Problem dass es genau an den Stellen nämlich dann reinregnet ja ansonsten der Hänger tiptop macht einen guten Eindruck entladen kann man dann ja auch die Schlaufen wieder lösen 1, 2 zack da ist meine Fracht wunderbar und dann kann ich auch hier relativ simpel wieder meine Sicherung entkoppeln zack den Stift werde ich jetzt noch nicht rausziehen weil ich habe hinten das Gewicht dann kann sein dass dann der ganze Anhänger nämlich rückwärts wegrollen im großen Grenzen bin ich super zufrieden mit dem Anhänger man kann prima Lasten damit transportieren ähm ja und dafür ist ja auch gemacht worden dass man damit Lasten transportieren kann oder wenn ihr auf Campingtour geht da könnt ihr euer Zelt reinpacken ne da könnt ihr euren Stuhl reinpacken eure Tische reinpacken passt alles wunderbar und ihr habt ja keine Platzprobleme mehr und da hat man super Staufläche also hier ganz klar zwei Daumen von eBike Tom für den Lasten Anhänger von Wevor bis 45 Kilo hoffe ich dass euch mein Video gefallen hat und da würde ich mich an meinen Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch keine Abonnenten seid dann abonniert da meinen Kanal um keine weiteren Tipps und Tricks von eBike Tom zu verpassen es grüßt euer Tom bis dann tschaui 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 tschaui